Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute packe ich das iPad Air 4 aus. Das ist das iPad Air 4 von 2020. Es ist ein Silber. Also machen wir das mal auf. Okay, als erstes müssen wir die Folien abziehen und da ist das iPad. Jetzt müsste ich nur irgendwie das aufbekommen. Dieser Part war schwer, weil er das irgendwie nicht aufgehen wollte. Und ja, versuchen wir mal und und. Okay, fast da. Fast ist es auf. Da ist das iPad. Okay, jetzt holen wir das mal raus. Das Apple Logo ist natürlich da drauf und dort sind Anleitungen und noch Papiere. Und dort ist das Ladekabel, was man natürlich braucht, wenn man ein iPad hat oder irgendein anderes elektronisches Gerät. Ja, ohne Ladekabel kann man es natürlich nicht benutzen oder anmachen, eher gesagt. Okay, Folien abziehen. Sieht das schön aus. Okay. Okay. Hier ist jetzt das iPad und das hat keinen Knopf wie andere iPads. Ich glaube, iPad Pros und iPad Air haben keinen Knopf. Ich bin mir nicht ganz so sicher bei dem iPad Air 3. Aber ja. Die Akteador, ich bin mir nicht echt auf. Okay. Und der andere kommt drauf ein Estamos ab. and wir glückte uns nasken. Oder das Stabild tons. Schön, jeder und bitte schön. timg dx l Untertitelung des ZDF, 2020